Eine Stunde nördlich von Berlin liegt direkt an der Havel das Zedenegger Ziegelei-Revier, einst das größte Europas. Hier wurde der Ton für Ziegel gestochen, aufbereitet und zu Ziegeln für den Bau Berlins gebrannt. 1927 war sie die modernste Ziegelei. Heute ist die Anlage Industriemuseum für Ziegelei und Technikgeschichte und Multimedialer Erlebnispark für Familien. Wir waren am 2. November dort und erkundeten das Gelände mit Schienenlaufrädern, Go-Karts und Perpedes. Mit einem leuchtenden Ziegel in der Hand wanderten wir auch durch den Brennkanal des Ringofens. Die Farbe des Ziegels ändert sich darin je nach Brenntemperatur. Die Farbe des Ziegelsetaures Untertitelung des ZDF, 2020 Ausfahrer Doros Hier gibt es noch vieles zu entdecken, was Spaß macht, am besten von April bis September.